So, Herr Fiorini, jetzt haben wir über viele Möglichkeiten, aber auch viele Schwierigkeiten der nachhaltigen Anlage gesprochen. Wir wollen aber, dass die Anleger zurück oder auch beim nachhaltigen Anlegen bleiben. Was würden Sie dem Anleger denn empfehlen? Ich denke, für den Anleger ist es sehr entscheidend, dass er versteht, wohin die Reise geht mit den ganz grossen Themenblöcken. Und ich glaube, einer der für alle verständlichen grossen Themenblöcke ist die CO2-Kosten oder Abgabe. Und ich glaube, sehr wichtig zu verstehen für Anleger in den nächsten fünf Jahren ist, wenn das CO2-Pricing weltweit eingeführt wird auf alle möglichen Gütern, dann werden wir eine sehr markante Differenzierungswelle haben, die auch sehr viele Unternehmen dann in verschiedene Positionen bringt. Und dann ist zu verstehen, welche sind Unternehmen, die sehr effizient arbeiten, sehr effiziente Produkte haben und davon weniger betroffen sind, weil die können nachher davon ausgehen, dass ihre Nachfrage und ihr Gewinnwachstum natürlich überproportional sein wird. Und ich denke, das ist auch für uns aus einer reinen Ackerkultur-Sicht das Wichtigste. Weil in dem Moment, wo Fleisch und andere Proteine ein CO2-Pricing bekommen, wissen wir, dass die Fische so viel besser abschneiden wie alle anderen Lebensmittel, dass wir in der Industrie nochmals einen Riesenboom sehen werden. Nachhaltiges Anlegen ist vielfältig. Die Werte der Menschen sind sehr vielfältig. Deshalb würde ich immer empfehlen, einen Blick tatsächlich in den Nachhaltigkeitsansatz zu machen. Das kann man den Anlegern nicht ersparen. Das ist wirklich wichtig. Wer da nicht so genau hinschauen möchte, der hat vielleicht inzwischen ein Hilfsmittel. Das wäre aus meiner Sicht nämlich das FNG-Siegel, das diese Arbeit für ihn schon mal übernimmt. Und das heißt, ein Fond, der das FNG-Siegel hat, ist mit Sicherheit ein ernstzunehmender Nachhaltigkeitsfond. Umgekehrt kann man es nicht immer sagen, weil natürlich nicht alle Fonds oder Fondhäuser sich für dieses Siegel beworben haben. Aber man ist auf jeden Fall damit schon mal auf der sicheren Seite. Ich glaube, Werte ist ein gutes Stichwort, was wir gerade vorher gehört haben. Der Anleger muss sich bewusst sein, was ist für mich wichtig und welches Produkt bietet das an, was für mich wichtig ist. Und wenn ich das mal für mich entschieden habe, dann kann ich dem Anleger sagen, dann machst du ein bisschen Research und schaust dann, ob du das Haus, in was du investierst, wie lange es den Fonds schon gibt zum Beispiel. Und dann bleibst du auch investiert, bitte. Also nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn wir jetzt zwei Jahre mal vielleicht eine schlechtere Performance in dem Segment haben, was wir gerade diskutieren, das Thema ESG-Nachhaltigkeit. Sowas wird es immer geben. Gab es die letzten 20 Jahre auch. Ja, auch bei Aktien. Wir hatten 2007, 2008 die Finanzkrise und 2008, was da passiert ist mit den Solarktien, brauche ich denen, die das älter sind, glaube ich nicht explizit erzählen. Und trotzdem sind wir da durchgegangen und sind weitergegangen und das wird auch weiter so gehen. Man braucht den Grundoptimismus und man braucht Geduld. Und wenn man das hat, dann wird man auch als ESG-Anleger langfristig belohnt werden. Also es ist für die Anlegerinnen und den Anleger tatsächlich echt immer noch sehr schwierig, sich zu orientieren auf dem Markt, auch wenn Nachhaltigkeit draufsteht. Wir haben viel Regulierung, aber ich merke auch heute in der Diskussion, dass die Dinge doch schon weit auseinander gehen können, auch wenn man sich innerhalb des Begriffes Nachhaltigkeit orientiert. Ja, man muss sich tatsächlich mit dem Unternehmen oder mit den Fonds beschäftigen. Ich glaube, das ist sehr schwierig für die Anleger und den Anleger. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, man muss sich wirklich entscheiden. Möchte ich, dass mein Geld so wirkt, dass wir eben nicht zukunftsfähig sind? Und dann muss ich wirklich realisieren, dass ich, wenn ich das nicht möchte, dass ich eine echte Nachhaltigkeit auch will. Wir bei der Ökoworld haben Waffen ausgeschlossen. Das geht bis hin zu den Zulieferern, also auch zu Softwareunternehmen und zu manchmal nur kleinsten Bauteilen, die irgendwo in einem großen Konzern geliefert werden. Das ist für mich manchmal auch sehr schwierig, die Unternehmen dann auszuschließen. Aber wir machen das sehr konsequent bei Atomtechnik das Gleiche. Da haben wir halt unsere Haltung dazu. Das sehen wir halt als nicht nachhaltig an. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir machen das auch schon sehr lange als Ökoworld, sind auch im PurePlayer, haben fünf Fonds, die das ausschließlich machen. Und wir können bestimmte Dinge den Anleger nicht abnehmen. Aber vielleicht wird er ja auch, wenn er sich mit der Materie beschäftigt, auch ein gewisses Interesse daran entwickeln, sich mit den Themen zum Beispiel. Also allein, was wir heute für interessante Themen diskutiert haben, das macht ja auch Spaß, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Bei uns kann man auch immer anrufen. Wir sind ein kleiner Laden. Also ich mache das auch gern persönlich oder jemand anders. Also sozusagen in den Austausch zu gehen mit seinen Kunden und Kunden, das macht ja jeder von uns. Das ist auch für beide Seiten sehr wertvoll. Und insofern bleibt ein Stück weit die Antwort, denke ich, offen. Ja, also es muss von beiden Seiten das Interesse da sein und auch ein bisschen Mühe, die vielleicht aber auch tatsächlich Spaß macht am Ende. Also im Grunde genommen sehe ich es gar nicht als so schwierig an. Also klar, ich muss mir selbst ein bisschen bewusst werden, was habe ich denn für eine Vorstellung, die ist sehr individuell. Dann kommen die klassischen drei Fs der nachhaltigen Geldanlage. Ich will etwas verhindern, Ausschlusskriterien. Ich will etwas fördern, Positivkriterien. Und ich fordere, das ist, man sagt dazu Engagement, die Assetmanager wirken auf ein Unternehmen einzig zu verbessern. So, da gibt es Datenbank im Netz. Es gibt vom Forum nachhaltige Geldanlagen sogenannte Nachhaltigkeitsprofile. Da sehe ich recht transparent. Wie ist der Fonds denn aufgestellt? Auf den Factsheets sehe ich einiges. Ich schaue mir die Top-10-Holdings an. Da kann ich warm werden mit den Titeln. Und derjenige, der sich nicht dezidiert auskennt, keine Zeit hat, der kann natürlich mit einem Gütezeichen, zum Beispiel dem FNG-Siegel, im Grunde genommen einen großen Korb an Produkten auswählen. Es gibt unsere Webseite, da sieht man die Kriterien und dann fährt er eigentlich ganz gut damit. Ich würde die Regulatorik, das ist ein Pflichtexercise, außer Acht lassen. Es ist eben schon wieder oft Artikel 8, Artikel 9 gefallen. Also es ist schon auch von den Häusern promotet. Bringt erstmal nichts transparent. Also ich habe Nachhaltigkeitsprofile, ich habe Fonds-Datenbanken, ich habe Orientierungshilfe wie ein FNG-Siegel, das ist zum Beispiel Umweltzeichen. Ich muss mir im Klaren werden, was will ich. Und Top-10-Holdings auf jedem Factsheet, tausende Produkte, geben mir ein Gefühl, sind da die großen Titel drin? Sind da vielleicht die Verschmutzer drin, die aber grün werden, Stichwort Transformation? Sind da die Themen drin? Nordex, Biomasse, Mayaburger, Solar, also solche Dinge. Oder sind das Best-in-Class-Ansätze mit breiten Titeln, die nur ein rendete Risikoprofil haben? Also das kann ich relativ einfach herausfinden. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema ISG wird reifer.